Ostermärchen von Joachim Ringelnatz Während er noch darüber nachsann, hörte er plötzlich hinter sich ein feines Stimmchen seinen Namen rufen. Mehr erstaunt als erschreckt, drehte er sich um und sah einen kleinen Hasen auf dem Stuhl am Kopfende seines Bettes sitzen. »Mein Name ist Kohlfras«, sagte das Häschen. »Darf ich dich zu einem Spaziergang einladen?« Fritzchen verwunderte sich zwar ein bisschen über den Einfall, jetzt spazieren zu gehen, erklärte sich aber bereit und folgte, nachdem er sich angezogen, dem Häschen, das im schnellen Laufe durch Zimmer und Vorsaal die Treppe hinunter, zur Stadt hinaus, über Wiesen und Felder voraneilte. Schneller war Fritz noch nie gelaufen. Endlich hielt sein Führer vor einem hohen Felsen. »Dies ist der Osterhasenpalast«, sagte Kohlfras. »Hier werden die Eier verfertigt, die wir Hasen dann in den Gärten und Stuben für artige Kinder verstecken. Eigentlich dürfen Kinder hier nicht hinein. Da du aber besonders brav gewesen bist, so will ich dir heute einmal alles zeigen.« Hierauf zog das Häschen aus einem seiner Ohren ein Schlüsselchen hervor, das es in eine Felsritze steckte. Sogleich öffnete sich eine Türe und sie traten in einen finsteren Gang. Plötzlich war es hell und nun standen sie vor einem ungeheuren offenen Tore, durch das man in einen großen, hellen Saal schaute, der wieder in drei kleinere Säle abgeteilt war. Vor dem Tore stand eine Hasenschildwache mit einem Gewehre, das sie sofort auf Fritzchen anlegte. Dieser flüchtete entsetzt hinter seinem Begleiter. Kohlfras aber raunte der Schildwache nur ein Wörtchen zu, worauf diese sogleich das Gewehr senkte und ehrerbietig präsentierte. Die zwei traten nun in den ersten Saal. »Hier werden die Eier gelegt«, erklärte Kohlfras. Fritzchen sah mit Staunen. Da kauerten tausende von Hasen und Häschen am Fußboden, der mit weichem Moos belegt war. Sie hielten sämtlich die Vorderpfoten in die Seiten gestemmt und stöhnten und keuchten ganz schrecklich. Das Leben musste doch sehr anstrengend sein, während der Eierhaufen neben einem jeden immer größer und größer wurde. Es waren auch Zuckerhasen darunter. Die legten natürlich Zuckereier. Fritzchen sah auch welche aus Marzipan. Schokolade, ja, aus Glas. Und sogar aus purem Gold. Er ging einmal ein Ei in zwei. Dann geschah etwas Schnurriges. Es schlüpfte nämlich sofort ein Häschen heraus, das gleich fleißig mitlegen half. Andere Hasen gingen umher, sammelten die Eier in Körbchen und trugen diese fort. Fritzchen wurde nun von seinem Begleiter in den zweiten Saal geführt. Hier saßen Tausende von Hasen auf Kohlblättern, große Farbtöpfe neben sich und Pinsel in den Pfoten. Fritzchen bemerkte, dass sie fast alle mit Farbenklecksen bespritzt waren. Sie trugen große Brillen auf der Nase, ließen die Ohren hängen und taten sehr wichtig. Die Maler, erklärte Kohlfraß. Fritzchen beobachtete mit Vergnügen, wie die langohrigen Künstler mit erstaunlicher Geschwindigkeit die Eier rot, gelb und blau und grün bepinselten, allerlei Figuren hineinkratzten und auf den Zucker- und Schokoladeneiern mittels kleiner Spritzen, Herzen, Namenszüge und andere Formen aus Zuckerguss anbrachten. Die auf diese Weise fertiggestellten Eier wurden von den anderen Hasen in den dritten Saal geschafft, wo sie sorgfältig mit Moos umhüllt, in Körbe gepackt und von Hasendienstmännern fortgetragen wurden. Fritzchen war inzwischen von Kohlfraß in den dritten Saal vor den Osterhasenkönig gebracht worden. Dieser, ein Hase von riesenhafter Größe, saß in einer ungeheuren Eierschale, von einer Schar von Hasenhöflingen umgeben, die alle bei Fritzchens Eintreten aufsprangen und höflich Männchen machten, was bei den Hasen dasselbe wie bei unseren Soldaten das Salutieren ist. Seine Majestät hatte erstaunlich lange Ohren, die durch den ganzen Saal reichten und, derer er sich ab und zu bediente, einem unfolgsamen Untertanen eine Ohrfeige zu verabreichen. Er redete übrigens Fritzchen sehr freundlich und leutselig an, riet ihm, immer brav zu sein und gut zu bleiben wie bisher und überreichte ihm schließlich ein Osterei. Hocherfreut, seinen Dank stammelnd, wollte Fritzchen es entgegennehmen, Er fasste es auch bereits da. Oh weh! entglitt es seine Hand und zerschlug, klack, auf dem Fußboden. Sogleich kamen eine Menge Hasen daraus hervor. Sie fingen an zu legen und legten und legten, ein Ei nach dem anderen in einem Fort. Im Nu war der ganze Boden mit Eiern bedeckt. Die Hasen aber legten weiter und immer weiter. Jetzt reichte der Eierhaufenschwurm bis an Fritzchens Schultern und mit einem Mal war es ihm schwarz vor den Augen. Ihn überkam eine furchtbare Angst. Er schrie laut auf und erwachte. Er lag in seinem Bette. Alles war verschwunden. Bis auf ein kleines Schokoladenei, das er in der Hand hielt. Darauf stand ein K und ein L. König Lampe Alles war wieder.